Hallo, heute erzähle ich euch von englischen Liebesromanen, bei denen ich mir so wünschen würde, dass sie ins Deutsche übersetzt werden. Ich habe ja vor einer Weile mal ein Empfehlungsvideo mit Liebesromanen gemacht, wo die Figuren schon erwachsen sind, also nicht mehr zum College gehen und auch nicht mehr in die Schule gehen. Und das Video hätte mindestens doppelt oder dreimal so lang werden können, wenn ich meine Favoriten mit hinzugefügt hätte, die es bisher nur auf Englisch gibt. Und von denen will ich euch heute erzählen, das sind absolute Empfehlungen, die von Herzen kommen. Richtig gute Liebesromane, wirklich, über die ich viel zu selten spreche, eben weil ich weiß, dass sie bisher nur auf Englisch erschienen sind und ich auch nicht davon ausgehe, dass sie übersetzt werden. Entweder, weil sie zu unbekannt sind oder weil sie schon vor einer ganzen Weile erschienen sind und in der Zwischenzeit auch nicht übersetzt wurden. Warum sollten sie dann jetzt plötzlich übersetzt werden? Die, von denen ich euch jetzt vorschwärme, sind Liebesromane, die absolut empfehlenswert sind, bei denen es keine Übersetzungen in Planung gibt, nicht mal am weit entfernten Horizont. Leider. So ein bisschen der Aufhänger für dieses Video ist ein Reread aus der letzten Zeit. Und zwar habe ich Birthday Girl von Penelope Douglas nochmal wieder gelesen. Habe 4,5 Sterne vergeben. Das ist ein so, so guter, kribbeliger, sweeter Liebesroman, den es bisher halt nur auf Englisch gibt. Leider. Aber den ich euch hiermit nochmal empfehle, auch wenn die Ausgangslage ein bisschen creepy wirkt. Ja, die Ausgangslage beinhaltet so ein bisschen so ein leichtes Tabu. Die Umsetzung ist dann aber alles andere als tabu oder ekelig oder so. Es geht um Jordan. Die ist noch relativ jung. Ich glaube, wir lernen sie an ihrem 19. Geburtstag kennen. Und sie trifft dann im Kino, als sie allein ins Kino geht, auf einen eher interessanten, etwas älteren Typen. Und die gucken zusammen den Film und haben irgendwie so ein bisschen Instant Chemie. Und dann findet sie heraus, dass er der Vater ihres Freundes ist. Also Jordan ist eigentlich in einer Beziehung. Und sie und ihr Freund müssen aus einer Unglückslage heraus dann auch noch bei dem Pike, dem Vater ihres Freundes, einziehen. Und ja, es ist die Liebesgeschichte zwischen Jordan und Pike. Es gibt kein Fremdgehen. Es gibt keine komische Dynamik. Was ich so toll an dieser Geschichte finde, ist, dass Pike und Jordan trotz ihres Altersunterschieds so unglaublich gut zusammenpassen. Also es hat überhaupt nicht so dieses, uh, ich suche was, was ich bei meinem eigenen Vater nicht hatte oder wie auch immer. Sondern man merkt, es gibt Anziehung. Aber die beiden wünschen sich auch vom Leben das Gleiche. Also die sind einfach sehr kompatibel. Und das kommt so schön rüber, dass irgendwie dieser Altersunterschied gar kein komisches Tabu dann wird, sondern eigentlich nur noch das letzte Hindernis, das die beiden zueinander finden. So gut und ja, überhaupt nicht creepy. In diesem Video dürfen praktisch alle Bücher von Mariana Zapata nicht fehlen. Das sind so tolle Slowburns, die ich innig liebe. Fast alle. Aber vor allen Dingen drei will ich euch jetzt nochmal ans Herz legen oder vielleicht sogar vier. Mal gucken. Ich gucke gleich nochmal auf meine Liste. Bisher ist wirklich nur mein Favorit, immerhin von ihr übersetzt worden, mit dem Herz durch die Wand, ist The Wall of Winnipeg and Me. Das ist mein Favorit von ihr. Gott sei Dank gibt es eine deutsche Übersetzung. Aber alle anderen sind eben noch nicht übersetzt worden, wären es aber echt absolut wert. Die spielen grob im gleichen Universum. Also es gibt manchmal ganz am Rande Überschneidungen, wo man irgendwie über acht Ecken erfährt, dass eine Figur aus einem anderen Buch mit jemandem verwandt ist und so weiter. Also die spielen im gleichen Universum, haben aber inhaltlich kaum was miteinander zu tun. In Wait For It geht es allerdings um die beste Freundin Diana von Vanessa aus The Wall of Winnipeg and Me. Wie gesagt, alle von Mariana Zapatas Büchern sind wunderbare Slowburns. Es geht langsam, es baut sich auf, es gibt eine Entwicklung, man kann das Gefühl nach und nach mitverfolgen. Wunderbar. Das sage ich jetzt nicht bei jedem nochmal dazu. Also Wait For It, da geht es um Diana, die das Sorgerecht für ihre beiden Neffen übernimmt, nachdem ihr Bruder verstirbt. Und sie arrangiert sich so gerade mit diesen zwei Jungs. Das ist natürlich erstmal eine Ausnahmesituation und kommt dann ganz langsam ihrem Nachbarn näher. In Kulti geht es um Salome, die Fußballerin ist, Profifußballerin. Und sie trifft dann auf Kulti. Das ist ein deutscher Fußballstar. Also vergleichbar würde ich mal sagen mit Messi, ist Kulti in diesem Universum der Fußball-Superstar. Und der ist ein bisschen älter als sie und wird zum Assistententrainer in ihrem Team. Und die beiden knallen ziemlich aufeinander. Aber dann gibt es eine Freundschaft und dann gibt es auch mehr als Freundschaft. So wunderbar. In From Look Off With Love geht es auch um Sportler und zwar um zwei Eiskunstläufer. Und zwar um Jasmine und Ivan, die sich als Pärchen zusammentun, obwohl sie sich eigentlich nicht besonders gut leiden können, aber das Gefühl haben, wir können so einiges an Wettbewerben gewinnen und fangen dann an zu trainieren. Es gibt Schlagabtausch, es gibt aber eben auch Annäherung und fürs Herz. Auch hier wieder ein perfekter Übergang von wir mögen uns eigentlich nicht, hin zu einer wirklich gefestigten Freundschaft, hin zu, okay, jetzt lieben wir uns. In Luna and the Lie geht es um Luna, die bei der Polizei ihren Chef Rip deckt. Sie gibt ihm ein Alibi und er versucht sich die ganze Zeit dafür zu revanchieren. Dabei will sie das überhaupt nicht. Sie will auch nicht wissen, was da los war und ist halt so ein Sonnenschein und hat das Gefühl, sie hat das Richtige getan. Aber Rip will das nicht auf sich sitzen lassen. Deren Arbeitsplatz ist ganz interessant, weil es eine Autowerkstatt ist und Luna dort eben auch arbeitet. Und das ist eine ungewöhnliche Ausgangslage. Es gibt Familiendynamik, die ein bisschen komplizierter ist und eine ganz, ganz langsame Annäherung zwischen Luna und Rip. Und auch Mariana Zapatas neuste Neuerscheinung ist absolut empfehlenswert. All roads lead here. Da geht es um Aurora, die nach einer ziemlich fiesen Trennung einen Neuanfang wagen will und an den Ort zurückkehrt, wo sie in ihrer Kindheit ihre Mutter verloren hat. Und sie zieht dann in das Apartment über der Garage von Rhodes, der einen Teenager-Sohn hat und als Dreiergespann wächst da ganz viel Liebe, familiäre Liebe. Und zwischen Aurora und Rhodes auch romantische Liebe. Ja, das waren durchweg meine Mariana Zapata-Empfehlungen. Und auch die anderen Bücher von ihr sind ganz gut. Aber das hier sind meine Favoriten, die ich euch nochmal vehement dann eben auf Englisch empfehlen wollte. In meinen Romance Top 5 aller Zeiten ist The Five Stages of Falling in Love von Rachel Higginson. Unglaublich, dass ich so selten über dieses Buch rede, aber es ist halt nur auf Englisch erschienen bisher. Und ich will euch natürlich auch Sachen empfehlen, die viele von euch dann auch selbst lesen können und genießen können. Aber das ist einfach in meinen Top 5. Habe ich auch schon ein paar Mal nochmal gelesen, weil es einfach so gefühlvoll ist. Es geht um Elizabeth, die Witwe ist und Mutter von vier Kindern. Und ihre sehr langsame und nachvollziehbare Annäherung mit dem Nachbarn Ben, der ihr einfach immer wieder unter die Arme greift und für sie da ist. Und es ist so schön, wirklich völlig empfehlenswert. Es geht eben auch um Trauerüberwindung. Shipped von Angie Hockman ist erst in diesem Jahr erschienen und ich drücke mal die Daumen und kreuze die Finger, dass das vielleicht doch noch übersetzt wird. Hier geht es um Henley und Graham, die Jobkonkurrenten sind. Und zwar sind beide im Marketing für eine Reisegesellschaft tätig und müssen für eine Beförderung, die es nur für einen von beiden gibt, eine Galapagos-Kreuzfahrt machen, um dort eben ein Marketingkonzept zu entwickeln. Und dabei treffen die beiden das erste Mal in echt aufeinander, bisher halt immer nur per Zoom oder wie auch immer per Telefon. Und da liegt auch irgendwie ein Missverständnis in der Vergangenheit. Also die Henley ist nicht besonders gut, auf Graham zu sprechen. Während der Kreuzfahrt gibt es dann aber eine schöne Annäherung. Die Kreuzfahrt ist toll beschrieben. Es ist nicht besonders heiß. Also die Szenen, in denen es dann körperliche Annäherung gibt, die finden abseits der Seite statt. Also wir kriegen deren Annäherung mit. Aber dann geht die Tür zu, so wie in Filmen auch manchmal, dass dann so eine Überblende kommt und die Szene ist halt beendet und die nächste Szene kommt. Und was ich überraschend fand, war, dass es auch so ein bisschen um diese Marketing-Business-Strukturen geht. Auf eine leicht verdauliche Art und Weise, aber für Henley ist das ein ziemlich wichtiger Punkt in ihrem Leben, weil sie auch so gut ist in ihrem Job. Also das sind Aspekte, bei denen ich bei SHIPT mich richtig gefreut habe und euch das Buch entsprechend nochmal vehement empfehle. Eine kleine Novelle von Noel Adams darf hier auch nicht fehlen. Ich liebe die Bücher von ihr ja sehr und rede häufiger über die Milford College-Reihe, aber Second Best ist ein Einzelband von ihr. Auch eine Novelle, also unter 200 Seiten und entsprechend relativ flott gestrickt. Und es geht um Alex und Sean, die ein Arrangement miteinander haben. Und zwar jeden zweiten Mittwoch, glaube ich, treffen die beiden sich in einem Hotel und haben eine gemeinsame Nacht. Und mehr ist da nicht. Vor allem, weil Alex eigentlich nur darauf wartet, dass jemand bei ihrer Arbeit sie endlich bemerkt. Und während dieses körperlichen Arrangements, wo es wirklich nur um Sex geht, kommen die beiden sich langsam näher, merken, dass Grenzen verschwimmen und dass Mauern abgebaut werden und Gefühle entstehen. So schön. Über Rave von Rebecca Witherspoon habe ich auch wirklich, glaube ich, höchstens in dem einen Lesemonat, als ich das Buch gelesen habe, mal gesprochen. Dabei ist das ein wirklich richtig toller Liebesroman. Es geht um Rave, eine männliche Nanny. Und der fängt bei einer alleinerziehenden Mutter mit Zwillingen an. Und es geht schon darum, dass die beiden relativ schnell merken, es gibt körperliche Annäherung, aber dann sehr offen damit umgehen, was das bedeutet, dass sie seine Auftraggeberin, seine Vorgesetzte ist, weil er die Nanny ist und sie bezahlt ihn. Und diese Gespräche zwischen körperlicher Anziehung, aber wir sind uns bewusst, unsere Konstellation ist eigentlich ein bisschen unromantisch. Wow, das ist natürlich was für mich. Und heiß war es auch ganz schön. Also es ist so in die Richtung Talia Hibbert, Alyssa Cole, ganz schön heiß. Dann mochte ich sehr, sehr gerne Rules of Engagement von J.T. Geisinger. Das ist sowieso eine Autorin, bei der ich mir wünschen würde, dass ihre Bücher übersetzt werden. Rules of Engagement ist eine tolle Rom-Com-Geschichte mit echt gutem Schlagabtausch zwischen zwei Figuren, die sehr unterschiedlich sind. Es geht um Maddie und Mason. Maddie ist die Inhaberin einer Partnervermittlungsagentur. Und Mason kommt zu ihr, weil er als Footballstar bisher ein relativ mieses Image aufgebaut hat und für Vertragsverhandlungen jetzt sein Image aufpolieren will und will, dass sie ihm eine Partnerin vermittelt, allerdings halt nur so, ja, für die Presse und fürs Rampenlicht. Und sie will aber eigentlich, dass ihre Arbeit als Partnervermittlerin ernst genommen wird und dass sie tatsächlich Liebe vermittelt. Deswegen will sie ihn nicht vermitteln. Aber als die beiden halt das erste Mal aufeinanderstoßen, merkt Mason, dass er sie ziemlich gut findet und dass da echt Chemie herrscht. Und von da aus geht es erst so richtig los. Und zum Schluss, ich habe Marriage for One von Ella Macy gelesen und hatte beim Lesen sofort die Assoziation Mariana Zapata. Es ist von der Geschichte her ähnlich aufgezogen. Es ist ein ähnlich ausführlicher Slowburn. Also es ist ein richtig umfangreiches Buch. Aber das lohnt sich, weil gerade die Entwicklung zwischen den beiden Figuren Rose und Jack, übrigens wie in Titanic, so viele Seiten auch wert ist. Und auch, weil die Figuren sich sehr Zapata-ähnlich angefühlt haben, auf eine sehr gute Art und Weise. Es geht nämlich um eine Fake Marriage. Also Jack bietet Rose an, dass die beiden heiraten, vor allem, weil Rose davon finanziellen Vorteil hat, den sie auch dringend braucht. Und die beiden sind aber eben sehr unterschiedlich. Rose ist eher so sonnig. Er ist eher so ein grummeliger Geschäftstyp. Und vor allem, als er sich dann wegen einer Verletzung um sie kümmern muss, entstehen langsam schöne Gefühle. Richtig gut. So, das waren jetzt meine englischen Romance-Empfehlungen für euch, bei denen ich mir so wünschen würde, dass sie bald oder überhaupt, egal wann, ins Deutsche übersetzt werden. Und ich leider nicht so richtig viel Hoffnung hege, dass das noch passiert. Vielleicht waren ja trotzdem Empfehlungen für euch dabei. Das würde mich freuen, weil ich, wie gesagt, sehr selten über diese Bücher ausführlich spreche. Und sie es aber absolut wert wären. So, das war's. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Macht es gut. Tschüss. 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 Tschüss.